Hey! Hey! Das letzte Mal haben wir über persönliches Marketing gesprochen und wie du dich am besten vermarkten kannst. Heute werden wir mit E-Mail, sozialen Medien, dem Telefongespräch und dem persönliches Treffen weitermachen. Lass es mit dem E-Mail beginnen. Du sendest deinen Lebenslauf an einen Caster oder eine Produktionsfirma. Zuerst gehst du auf die Webseite des Casters und checkst aus, was gewollt ist, da diese mögliche Weise möchte, dass du Dateien oder deinen Lebenslauf direkt auf seine Webseite hochlädst. Als ich selbst in dem Business gearbeitet habe, habe ich immer darauf geachtet, ein Update-E-Mail zu senden, sobald ich ein Bild geendet habe oder eine Produktion gemacht habe, damit sie auf dem neuesten Stand sind, was gerade in meinem Leben vor sich geht. Ich weiß, dass es von den Caster geschätzt wird. Zum Telefonieren. Es ist so, dass die meisten Caster nicht wollen, dass du sie anrufst. Und das müssen wir natürlich respektieren. Das Wichtigste an einem Anruf ist jedoch, was ist der Zweck und was erwartest du dir davon? Überleg dir das, bevor du anrufst. Social Media. Ja, hier hast du so viele Möglichkeiten. Du kannst grundsätzlich jeden auf der Welt kontaktieren, den du möchtest. Nutz diese Gelegenheit. Und mein Tipp ist jedoch, dass du tatsächlich zwei verschiedene Profile anlegst. Ein offizielles und ein privates Profil. Nutze deine private Seite nur privat und das öffentliche Profil dafür zu posten, welche Produktionen du gerade machst, was du vorher gemacht hast, neue Bilder von dir selbst und so weiter. Und nun zum persönliches Treffen. Hier ist es auch sehr wichtig, dass du den Zweck dieses persönlichen Treffens im Auge behältst. Willst du beispielsweise einen potenziellen Mentor oder Kontakttreffen, der dir auf irgendwelche Weise helfen kann, dann ist mein Tipp, dass du das Treffen vorher durchgehst, weil es in meiner Welt keine bedingungslosen Treffen gibt. Weil du immer etwas herausfinden möchtest. Konzentrier dich also nicht darauf, was du sagen hast, sondern auf das, was du wissen möchtest. Es gibt keinen Menschen, der nicht über sich selbst sprechen will. Wenn du also die Fragen gestellt hast, weißt du auch, was die andere Person brauchst und dann kannst du dich selbst besser verkaufen. Das kommende Video wird leider das letzte Teil dieser Coaching-Serie sein. Und bevor du diesen Clip ansiehst, musst du tatsächlich alle diese Punkte durchgehen. Die E-Mail, den Anruf, die sozialen Medien und das persönliche Meeting, damit du weißt, was du jeweils tun musst und warum. Hejdå!